Ich habe 20 Jahre lang die Antibabypille genommen und als das Thema Kinderwunsch bei meinem und mir aufkam, habe ich mich natürlich erst mal informiert, sowohl im Internet als natürlich auch bei meiner Frauenärztin. Ich wurde natürlich von der Frauenärztin darüber aufgeklärt, dass es einerseits ziemlich lange dauern kann, bis man schwanger wird, das aber nicht sein muss. Man kann rein theoretisch auch sofort schwanger werden. In unserem Fall ging das möglicherweise ganz schnell. In einem Beratungsgespräch mit meiner Frauenärztin hat sie mir empfohlen, mindestens vier Wochen vor der Planung schon mit Folsorgepräparaten zu beginnen. Und während dieser Frage, was ich mir dann jetzt besorgen werde, bin ich eben auf Babyforte gestoßen. Man kann grundsätzlich die Pille jederzeit absetzen. Wichtig ist nur, dass man es nicht mitten im Lister tut. Sie hat mir gesagt, es gibt einige Frauen, die zunächst Wochen bis Monate auf ihre Periode warten. In meinem Fall war es glücklicherweise so, dass ich 21 Tage später, wie eben auch unter der Pille, ganz normal meine Periode bekam. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.